Für den WoW-BFA-Schlachtzugs-Erfolg war es in der Kiste, muss man das Archäologie-Spielzeug Puzzleboxes Joxaron im Kampf gegen Sequos benutzen, wenn dieser die Projektion von Joxaron beschwört. Daraufhin werden eine Menge zusätzliche lustige Schattenvoids beschworen. Besonders gut klappt dieser Erfolg, wenn man vorher den Schlachtzug nicht darüber informiert. Räntchen, läuft doch zum Boss. Wer, wer, wer? Steht der die ganze Zeit in der Void, Leute? Ne, das ist diese Box, oder? Ja, irgendjemand hat auf das Ding diese Puzzlebox von Joxaron irgend so'n Troll gemacht. Okay, okay. Nichtdestotrotz sind lila Voids auf dem Boden und ihr bleibt alle drin stehen. Geil, oder? Ja, ich glaub, weil keiner damit gerechnet hat. Er macht denn sowas. Geht man einfach raus. Hätte man der wenigsten Hauptmode ankündigen können. Eigentlich was sie gestern, Alter. Wir machen den Hauptmode. Ich bleib einfach in der Void stehen, weil ich sie nicht kenne, oder was? Boah, vielleicht was Gutes. So, adds. Dammit V1. Ja! Zum Boss. Wenn ihr sie kickt, bleibt nicht bei den Ads stehen, sondern zieht sie mit zum Boss. Ja, ist ein bisschen viel in. Ja, ablegenbar. Kommt die Box überhaupt her. Weil ich will die machen für den Erfolg. Ja, das machst du mit der Puzzlebox von Joxaron. Ja. Also ich hab da so'n paar Videos gesehen, wo jemand immer wieder auf diese Puzzlebox klickt. Ja. Echt? Ja. Ja, die hab ich mir zuschicken lassen. Hast du Makron lassen? Kiana, sag mal, wie hast du die Puzzlebox jetzt getriggert? Ja. Haha, crap, reiß ich falsch rum. Scheiße, wer hat denn denn da schon? Ja, aber drei, vier Leute sind mitgekommen. Ja, du Idiot. Inklusive der Mission Raid mit. Faltet, faltet. Weniger Puzzlebox drücken? Wie kann ich, wie kann ich, ah, kann ich, nee. Jetzt kann ich nicht mal meckern, weil ich da reingelaufen bin. Stell dir mal vor, ich bin mein Wegschleiner. Sponsored White-O-Bee. Ich sitze da mit einer Dose Bier und sage, alle Scheiße, ich bin Raiden. Leu, was ist denn das hier für eine Box vorne? Ich mach' da so'n Zahnrädchen, wenn ich die Maus holte. Dann haben wir Gurt, der irgendwas, Kette, Kacke, von Wasserwerfer. Alter, es wird sich reichlich gegönnt. Dann gehst du, äh, Tastingo, GZ, dann gehst du zu Wasserwerfer und holst dir da dein Gurt ab. Kann ich nicht, ich bin tot. Wenn du wieder... Dann bleibts. Lebe ich. Du wirst mir jetzt ganz schön billig ausreden. Na, du hast dir jetzt geile Schultern an. Ja, Mann, die sind so geil. Es ist ein Liviusar. Alle sind bereit? Tastingo, Unlucky, habt ihr gegessen? Ja. Boah.